Die Marktforschungsanalyse zeigt der Graz-Wasserwirtschaft wieder einmal ein Top-Ergebnis. 900 Grazerinnen und Grazer wurden befragt und über 90 Prozent geben an, dass die Trinkwasserversorgung sehr zuverlässig ist und eine Top-Wasserqualität da ist. Zudem wird das Trinkwasser sehr gerne getrunken. Aber auch auf der Abwasserseite sagen 90 Prozent der Befragten, dass die Kanalisation, die Abwasserreinigung sehr zuverlässig ist. Was hat das mit der hohen Wasserqualität des Grazer Trinkwassers an sich? Wir betreiben drei Wasserwerke, Friesach, Andritz und Feldkirchen und zudem noch beziehen wir Wasser vom Hochschwab. Hier gibt es ausgedehnte Schutz- und Schongebiete im Ausmaß von 525 Hektar. Sie können sich das vorstellen mit 750 Fußballfeldern und hier gibt es Nutzungsbeschränkungen, damit das Trinkwasser, das wir aus dem Grundwasserkörper fördern können, natürlich ohne Aufbereitung zu ihnen nach Hause geliefert wird. Zudem haben wir ein eigenes Wasserlabor, wo wir rund 3500 Prom im Jahr ziehen und hier die Wasserqualität entsprechend den geltenden Gesetzen einwandfrei sicherstellen können. Unser Grazer Trinkwasser, das frisch, unbehandelt, kalorienfrei, ständig verfügbar und in Top-Qualität aus der Leitung entkommt, ist nicht nur ein klimafreundlicher und günstiger Durstlöscher, sondern das meist kontrollierte Lebensmittel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017